Ein junger Verteidiger erobert in diesen Tagen die NHL im Sturm. Moritz Seider spielt eine herausragende Rookie-Saison für die Detroit Red Wings. Der 20-jährige Deutsche ist der Fels in der Brandung in der Defensive der Red Wings. Seider weiß in allen drei Zonen zu überzeugen. Er teilt harte Checks aus, wird in allen wichtigen Situationen wie im Powerplay oder im Penalty-Killing eingesetzt. Und ist mit drei Toren und 15 Assists in 27 Spielen auch eine Gefahr von der blauen Linie. Der im Jahr 2019 in der ersten Runde an sechster Stelle gedraftete Verteidiger ist schon jetzt einer der ultimativen Leistungsträger bei den Red Wings. 18 Scorer-Punkte und zwei Siegtreffer bestätigen das eindrucksvoll. Er schießt! Seider gewinnt es für die Detroit! Vier mehr Punkte von den Detroit-Ruckern. Gemeinsam mit Teamkollege Lucas Raymond und Travis Seagrass von den Anaheim Ducks zählt Seider zu den heißesten Kandidaten für die Calder-Trophy, die den besten Rookie der Saison verliehen wird. Auch zählt Seider zu den ersten drei Mitgliedern des deutschen Olympiakaders, gemeinsam mit Leon Dreisaitl von den Edmund Eulers und Philipp Grubauer von den Seattle Kraken. Seider steht vor einer strahlenden Zukunft. Nicht nur persönlich, sondern auch mit den Red Wings, die sehr viel früher Unterstützung von ihren jungen Spielern erhalten, als es viele für möglich gehalten hätten. Seider, Larkin, Raymond, open, SCORES! Lukas Raymond with the hat-trick! Break here, Zedin, right in the goal, he SCORES!